Die Menschen werden ewig zu den Sternen hochschauen. Und das tun sie immer aus dem gleichen Grund. Wieso? Um zu erkennen, wo wir hingehören. Wir ziehen zwölf Namen aus dem Lotteriehut und das Publikum stimmt ab, wer mich auf dem ersten kommerziellen Raumflug begleitet. Altersbeschränkung 18 bis 65. Du siehst aus wie 65. Leiden Sie an Herzproblemen? Nein. Du hast dich beim Wettbewerb angemeldet? Die Finalisten im Ventura-Weltraum-Wettbewerb. Conor Cranston, Adrian Ciminelli, Angus Stewart. Du wirst ein Astronaut! Du schaust das. Ich weiß es.